Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sehen die Kollegen, kurz mal einen Applaus, dass sie hier stehen, am 3. Advent, wo andere sich erholen und Stollen essen, sind die Kollegen jetzt extra hier, um das Anliegen deutlich zu machen, dass so wie es zur Zeit läuft, nicht weitergehen kann. Und die Tonne ist vor viereinhalb Jahren rausgemacht worden, jetzt wird die Tonne wieder entzündet. Es muss eine Warnung gesendet werden und die Kollegen senden diese Warnung. Wir löschen normalerweise, wir können nicht atmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Berlin brennt. Warum in München wieder oder immer noch? Immer noch. Die Tonne wurde im Jahr 2018 gelöscht. 2018 bis heute sind viereinhalb Jahre vergangen, viereinhalb Jahre in denen nichts besser geworden ist, viereinhalb Jahre in denen die Einsatzzahlen weiter erstiegen sind, die Belastung für die Kollegen weiter nach oben gegangen ist und damit letztendlich auch die Sicherheit der Bevölkerung in einem Maße gefährdet ist, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo offensichtlich die Warnung notwendig wird. Eine Warnung dahingehend, dass das kein Selbstzweck ist, was hier stattfindet. Es geht um die Sicherheit der Bevölkerung. Wir haben teilweise Situationen, wie man ja auch der Presse jetzt entnehmen konnte, wo über 17 Stunden am Tag Ausnahmezustand ist. Also der Ausnahmezustand ist der Regelfall. Der Ausnahmezustand geht dann so weit, dass teilweise gar kein RTW zur Verfügung ist. In ganz Berlin. Man muss sich das deutlich machen, was es bedeutet, wenn man in Heiligen See umkriegt, umknüpft mit einem Herzinfarkt. Dann kommt der nächste RTW auf die Liste und der nächste RTW, der kommt, kommt dann aus Köpenick. Hat dann aber eine Anfahrtzeit von drei Viertelstunde? Drei Viertelstunde. Und das ist offensichtlich nicht in dem Maße verstanden worden, wie es notwendig ist. Und deswegen sind die Kollegen heute hier. Deswegen setzen die Kollegen ein Signal, weil die Kollegen ja natürlich wahrnehmen, dass es nicht in dem Maße angegangen wird, wie es hätte angehen werden sollen. Das ist eine gute Frage. Warum findet die Politik uns im Stich? Also ich glaube eigentlich, oder glaubt ja immer, die Politik lässt sich falsch beraten. Also es gibt natürlich immer Leute, die sehen da die Ursachen oder da die Ursachen. Und ich glaube einfach, die lassen sich falsch beraten. Fast jedenfalls, dass da nicht in dem Maße Gelder locker gemacht wurden, dass man es geschafft hat, für Neueinstellungen in einem ausreichenden Maße zu werden. Es fehlt einfach massiv an Personal. Wir haben heute immer noch eine Antretestärke wie ungefähr 1997. Haben aber über doppelt so viele Einsätze. So, dass das nicht funktionieren kann, das kann jeder Grundschüler verstehen. Und warum das bei der Politik nicht so umgesetzt oder so angegangen wird, wie wir uns das wünschen würden, weiß ich nicht. Wir haben es versucht. Wir sind auch dabei und strecken wir weiter in die Hand aus und wollen gerne mit der Politik auch in die Spräche kommen. Wir hatten auch schon kleine Ansätze, die aber noch nicht in dem Maße geprüftet haben, wie wir uns das wünschen würden und wie es vor allem notwendig ist. Wir müssen wirklich die Ursachen endlich mal wirklich an der Wurzel packen. Was jetzt seit viereinhalb Jahren gemacht wurde, ist letztendlich Personal hin und her schieben. Wie es mit dem Tischtuch. Man zieht am einen Ende und am anderen Ende kommt dann die Tischplatte wieder zum Vorschein und so machen wir das seit viereinhalb Jahren. Da werden Kollegen von Löschfahrzeugen abgezogen, von Drehlettern abgezogen, werden auf Rettungsfahrzeuge gepackt. Dann wird ein Rettungsfahrzeug von einem Standort zum anderen mal versetzt und so weiter und so fort. Aber die eigentlichen Ursachen werden nicht angegangen und das ist eine immense Diskrepanz zwischen Personal und Einsatzzahl. Und da müssen wir ran. Das heißt, wir brauchen mehr Personal und wir brauchen weniger Einsätze, in dem Fall sprich Fehleinsätze. Da könnten wir einiges tun. Das will man nicht, versteht man nicht. Ich weiß es nicht. Wenn jetzt nichts passiert, wie viele Tonnen wollen Sie denn noch anzündigen? Das ist eine gute Frage. Wir gehen davon aus, dass es nur eine Warnung braucht. Warum sollte es mehr Warnungen brauchen? Wie groß soll denn das Signal sein? Ja, wir gehen davon aus, dass wir uns gar nicht mehr haben. Wir gehen davon aus, dass wir uns natürlich nicht mehr sagen. Wir wollen dreifachen DER IHREN! 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 DER IHREN!